Hallo, ich bin Christian Dittrich Opitz und ich habe in meiner Ernährungsarbeit bislang in den seltensten Fällen Mandelmus empfohlen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen gab es bis vor kurzem eben kein Mandelmus in wirklicher Rohkostqualität. Dazu werden die handelsüblichen Mandelmus-Produkte immer mit Sonnenblumenöl gemischt und im Übrigen wird auch meistens Mandelbruch verwendet, also ein wirklich minderwertiges Ausgangsprodukt. Nun war ich gerade in der Produktionsstätte von der Firma Dr. Görg, die ja bereits im Bereich Kokosöl und Kokosmuts wirklich die besten, qualitativ hochwertigsten Produkte anbieten, die es gibt und ich habe gerade bei einer Produktion von Mandelmus zugeschaut. Zunächst einmal werden hier ganze Mandeln verwendet, also in der Produktionsanlage habe ich keine einzige gebrochene Mandel gefunden. Das waren wirklich ganze wunderbar schmeckende Mandeln. Dann gibt es hier einen Produktionsablauf, der eben eine echte Temperaturmessung durchführt. Das heißt, das Produkt selber wird in der Temperatur gemessen. Es gibt manchmal Produkte, von denen wird behauptet, sie hat eine Rohkostqualität und was da gemessen wird, ist das gekühlte, also das Kühlwasser im Rücklauf, das heißt, nachdem es bereits vom Produkt erwärmt wird. Das sagt natürlich nichts aus, wenn ich ein Produkt habe, das ein Wasser von 15 auf 35 Grad erwärmt, dann hat das Produkt mit Sicherheit weit, weit über 40 Grad. Hier ist es anders. Hier wird also das Produkt an sich gemessen und überschreitet nie die 38 Grad. Wir haben also eine echte Rohkostqualität und überhaupt keine Beimischung von Sonnenblumenöl. Was dann dazu führt, dass ein Mousse entsteht, das eine wirkliche Konsistenz eines Nussmuses hat, mit einem minimalen Ölabsatz, wenn überhaupt. Das können wir dann eben auch sehen, wenn wir bei einem Mandelmus, wenn es im Glas abgekühlt ist, oben einen kleinen Ölabsatz sehen. Das ist in Ordnung, aber größere Ölmengen weisen eben darauf hin, dass Öl zugesetzt wird, was handelsüblich ist, nicht deklarationspflichtig ist. Als Fabrikationszutat hier sehen wir also ein hundertprozentiges Produkt aus ganzen Mandeln, unerhebte Qualität, wunderbarer Geschmack, hat diesen typischen Mandelgeschmack nach Amygdalin, das ganz charakteristische für die Mandel. Und das ist ein Mandelmus, was ich wirklich aus vollster Überzeugung empfehlen kann. Und das ist ein Mandelmus, was ich möchte.